Ja, meine auch. Die ist auch Skolver. Ich komme vom Kurs ab. Tach, Unnux. Unnuxus. Ne, Unnuxus. Oh Gott, wie der ist das Monster quer hier, ey. Ich schreit lauter als das Ding hier, ey. Es geht ab bei den Fegen. Ja, bei mir ist alles klar. Bei dir. Kein Ding. Ja, das ist echt laut. Kann man das so leiser machen? Warum gibt es hier keine Option? Warum gibt es hier keine Option? Was ist das? Das sieht noch Option aus. Aber wo sind die Soundoptionen? Ich habe keine Ahnung, wo ich die leiser mache. Ich finde das hier nicht. Ich kann da mal eine Boxen-Leiser drehen. Haha. Ich glaube, da hat der Stream nichts von. Ich mache das Spiel über Windows. Und das geht. Da hätte ich auch selber drauf kommen können. Ähm, was haben wir denn da? Twitch-Szene Farming Simulator. Soll ich mal auf... 75. So. Ist leiser, ne? Ist angenehmer, oder? Ich hoffe mal. Fahrstuhfe 1. Nein, das ist praktisch 2. 2. Ganz klar, wunderbar. Ja, wunderbar. So, 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 so. Super. Und meine Fenster hauen noch hier wieder nicht hin. Ey, ich habe die gerade erst so recht geschoben. Warum ist das Ding denn immer da? Ich verstehe das irgendwie nicht. Weil mir machen sich die Fenster irgendwie selbstständig. Keine Ahnung, warum. Oh, die sind Bäume, ey. Wie komme ich denn jetzt zu meinem Trecker? Ich hole den Trecker, glaube ich, hier runter. Oder hoch, wie auch immer. Webcam. Wenn ich eventuell mal eine Möglichkeit habe, einen Screen... Äh, Screen Green. Einen Green Screen hier aufzubauen. Und... ...ne dickere Leitung habe. Und, ähm... ...ja, damit ich die Qualität auch hochsteigen kann, weil man mich überhaupt erkennt. Was nützt denn da so ein Pixel-Face, also. Hallo Fieber. Und ja, ich spiele ernsthaft LS13. Ich habe gerade erst angefangen. Ich habe von der Landwirtschaft überhaupt keinen Plan. Null Plan. Ja, es gibt noch einen Mod, genau. Jetzt kann ich auch so sagen, so meine Mods hier. Oder so Sachen wie, wenn einer einen Link posten will, muss man nur meine Mods in Erlaubnis fragen. Und so. Was? Ohne Green Screen geht es auch mit niedriger Bitrate. Ja, man erkennt doch nichts. Es ist doch dann nur ein Pixel-Face dann da. Ähm... Das Rohr ist auf der anderen Seite. Kann das sein, dass ich falsch rumfahre? Wäre das nicht praktischer, wenn ich genau andersrum fahre? Dass das Rohr zu der Seite geht, dass ich... Weil... Ich müsste jetzt quasi mit dem Trecker hier auf dem Feld fahren. Das mache ich nicht. So. Ja, mit zwei Hänger rückwärts fahren, Alter. Ach du Scheiße. Was läuft hier falsch? Egal, ich muss ja nur umbringen. Der Bloody. Hallo Bloody. Ähm... Bies mache ich, mache es falsch. Oh. Hehe. Ja, ja, ich bin auch mit Mods gut bestückt. Ich glaube, das war es auch. Das seid nur ihr drei. Oder war da noch ein vierter? Oh, ich sollte mal den Trecker ausmachen, ne? So, die Kiste hier mal leermachen. Ja, ja, ich mache auch schon die Kiste an, ne? Hallo, Vorwärmen. Das heißt vorglühen, nicht vorwärmen. Was seid ihr denn für Spastis? Oh, Brina ist auch hier. Brina ist hier? Hier ist eine Brina. Ich sehe keinen, Schatz. So. Waren hier Bäume? Das ist blöd, wenn du keine Rückspiegel hast. Das ist so... Du Scheiße. Deswegen freue ich mich auf Landwirtschaftssimulator 2015. Da habe ich wenigstens Rückspiegel. Hä? Nicht länger gesehen, oder? Oh, da ist halt ein Baum neben mir. Hä? 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 So. Was habe ich denn? Huch. Huch. Äh. Lass mich doch hier rum. Mensch. Ja, so gibt das kein... Moment. Ich muss mich mal neu ausrichten hier. Und wo hänge ich doch schon wieder? Jetzt macht er leer. Warum macht er nicht weiter leer? Ist der Hänger voll? Ja gut, das ist ein kleiner, ne? Äh, Moment, warte mal. Wie hoch muss ich lenken? Ich darf mal hier angucken. So. Äh, rückwärts. Bitteschön. Scheiße, das war zu viel gelenkt. Der Hänger steht doch schief. Oh. Hoppala. Wenn ich wirklich Bauer wäre. Wie lange würden meine Arbeitsgeräte wohl halten? Von zwölf bis Mittag oder so. Eine Stunde, meinst du? So lange? Wahrscheinlich, weil ich es so lange gebrauche, um das Ding ganz laufen zu kriegen, wa? Wenn es dann läuft, dann ist alles zu spät. So, jetzt mache ich das nochmal ganz geschickt hier. Oh. Passt hier nicht durch. Ach, ich passe doch nicht durch. Hehe. Wer pflanzt hier Bäume hin? Jetzt mal ohne Scheiße. Wer pflanzen hier diese scheiß Bäume hin? Und ich habe eine andere Idee. Ich fange da an, wo ich beim ersten Mal angefangen habe. Nur in einer anderen Richtung. Dann geht das schon. Wie leise das Ding so ist. Und jetzt war es was? Wie leise sein? Hey, hey, hey. Ich habe nichts davon gesagt, dass du Motor fahren willst. Hallo, Toni. Auf dem Acker, genau. Hat keine Ahnung von dem, was er hier macht. So, jetzt kannst du runter. Alles klar, Flasche für zwei, ne? Passt. Go, Johnny, go. Jetzt geht's ab hier. Das muss ich jetzt, muss das. Was? Was? Du musstest schon schreiben, was da steht? Was? 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 Steam installieren, was? Wieso sollte sich Steam nicht installieren lassen? Ich fahre mal weiter. Ach so, alles klar, okay. Ich brauche noch acht Stimmen für ETS. Noch acht Stimmen. Es geht um Mac. Noch noch. So, was mache ich eigentlich mit dem Zeug, wenn ich es geerntet habe? Auf jeden Fall mal zum Bauernhof fahren. Aber ich muss halt auch Geld draus machen, oder? Aber Geld verdienen ist ja hier auch ein bisschen Sinn und Zweck, denkbar, ne? Sollte sich immer mal drauf machen, ein bisschen Stoff geben. Ich mache direkt leer, ne? Wenn ich schon hier eh vorbeifahre. Mal gucken, ob ich das schaffe, ohne den Hänger zu rammen. Knapp. Aber es passt. Es passt. Eine Steam Mac App, oder was? Der andere Hänger ist jetzt auch ziemlich voll, ne? Das poppt immer auf. Nicht etwa ploppt. Ne, Pop-Out. Ja, ja, poppt. Ja, ja, ich weiß. Ich musste über den Wort nur gerade an was anderem denken. Ups. Ich bin voll vom Bremspedal abgerutscht. Ich bin voll zurückgeflitscht. So, und hier geht's. Kann ich noch ein bisschen zurück, oder was? So. Trecker fahren. Ach, der GEMA. Hi, GEMA. Willkommen. Was morgen früh aufstehen am Sonntag. Ha, nicht mit mir. Okay, dann kurz Nächte. Ich glaube, ich habe da was stehen gelassen. Nö, gar nicht wahr. Okay. Alles gut, alles gut. Niemals an sowas denke ich gar nicht. Ich bin streng katholisch erzogen. Bis zum nächsten Mal. Nächte. N Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin voll Oh nein, ich fahre übers Feld Ich habe lange keine mehr geraucht Aber noch ist das Angebot, ja? Das könnte ich mir eventuell auch mal jetzt die Woche holen Dann gibt es mal die nächste Woche Wie viel Uhr haben wir eigentlich? 22, 24, okay? Bei mir ist vorhin die Sicherung geflogen Jetzt habe ich hier keine Uhr, wo ich drauf gucken kann Weil Das eine Dinge nur noch blinkt Und der Die Sicherung ist geflogen Vor eine Stunde, 26 Minuten Und nein, ich habe nicht am Netz herumgelötet Das war einfach wegen meinem Herd Ich habe mein Herd frisiert, weißt du Warum gibt es hier eigentlich kein Force-Feedback Bei dem Scheiß-Gen? Was ist denn, ich habe mir so einen Finger so rumschlagen Oh, ihr mietet einen Server Darf der Pandel auch mal seinen Unheil treiben Was ist denn so krass? Voll getunt, ey Ja, Mann Autos pimpen kann ja jeder, ey Hab da so Backofenbeleuchtung eingebaut und so Ey Wom geht das hoch, Alter? Geh doch runter, du Spass Was ist das? Achso Ich bin ja voll Ne, ich wollte gerade den Kreis 14 hier wegnehmen Ähm, ich muss wieder andersrum, ne? Fahre ich einmal um den Dreck herum LS 15 zeigt Steam dir nicht an Ja, wenn du es gekauft hast und es noch nicht freigeschaltet wird, ist der auch nicht angezeigt Bei mir wird zum Beispiel momentan, äh, The Crew noch nicht angezeigt Weil, ist er noch nicht released Das wird sogar als nicht installiert angezeigt, obwohl es installiert ist Ist die verarscht da einen voll? Ha, der Hänger ist jetzt eh voll, ne? Na, natürlich gerade beim Gestern habe ich beim Streaming gesoffen Da kenne ich nix Da kenne ich mal ja nix, ey So, mal gucken, wie schön er das hier macht Der Hänger ist voll Verdammte Hacke Äh Ah Scheiße, ich komme hier nicht durch Verdammt Bauer sein ist echt kompliziert, ey Von 0 zu 100 Puls Was? Gerade Celsius In BTF was? Ach so, mein Herd Ja, ja, mein Makro Genau Und 0, genau Unter 3 Sekunden Er kennt ja nix, kennt er Doch, 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 doch Das geht, das geht Was war denn das? Man muss auf Englisch suchen Ach so, äh, Farming Simulator, genau Ach, du meinst wahrscheinlich im Shop Bist du gerade am Suchen Nicht in deiner Steam-Liste Tja, geh mal Da musst du wohl meine Mods um Erlaubnis fragen Um links posten zu können Oh, ich sollte meinen Motor anmachen Das wollte ich schon immer mal gesagt haben So Go Fahr vorwärts Genau Genau, geh mal Du musst mal erst fragen Ach Oh, scheiße Was? Wird überbewertet Genau Alter, ich kann nicht im Chat gucken und fahren Vor allem, du hast hier keinen Widerstand im Lenkrad Du merkst gar nicht, wann dein Lenkrad in der Mittelposition ist Das ist voll assig hier Im Scheißspiel Bei ETS geht's ja noch Da merkst du das wenigstens Wo ungefähr dein Lenkrad halt steht Aber hier gar nicht, ey Und Schubs hängst du hingegen den Baum Ja, sauber Ja, ich hab nur gute Mods hier Na klar So Jetzt muss ich ja das Zeug irgendwo abladen können, ne Das ist bestimmt das Ding, was da am Boden war Das sind doch immer die Teile hier Da, oder? Hier muss ich abladen Aber wo lade ich denn auf? Ach, da wahrscheinlich Alles klar So Da ist ein Symbol Was muss ich drücken? Q? Tatsächlich Ja genau Shit hat alles daneben So Der nächste Hänger Ach, wie zwitsch ich die Hänger um? V ist es nicht B ist es nicht Gott, welche Tastse war denn das nochmal? Ich muss doch jetzt auf den Hinteren Hänger Ich bin doch auf den Hinteren Hänger Er ist doch halt Als aktiv, oder? Tatsächlich Cool, cool Ich bin echt hier voll der Noob Was sagt mein Kontostand eigentlich? Den kommt man doch auch irgendwo sehen Ach, da unten Ich hab 5959 Das reicht nicht für geile Maschinen Ich will einen Case haben So einen fetten Case Ich könnte meinen Trecker verkaufen, ne? Den anderen Trecker auch Dann hätte ich mehr Geld Dann kann ich mir auf jeden Fall einen Case kaufen Mit G kannst du die Geräte wechseln Mit G Ah, geil Cool, danke So weiß ich das auch Ich spiel eh nicht online Weil streamen und online Zocken kann ich ohnehin nicht Sonst hätte ich es jetzt online gezockt Aber da ist egal Da musst du irgendwas machen Das passt dann irgendwie schon Ob es da oder wird Was immer Drück mal Tabulator Ne, ne, ne Das kommt mir gar nicht in der Tüte hier Ich laufe zu meinen Geräten Wie in echt So Irgendwo der Weg hier hoch Das ist der Und zum Ausladen Musst du die Geräte nicht wechseln Nein, muss ich nicht Okay Also wechselt der Quart Wenn Das Gerät Halt da ist Wo man Ne Aktion machen kann Oder ne So Oh Ich war wieder fast vorbei Deswegen muss ich nicht so weit rückwärts fahren Aufwand ich sowieso keinen Plan hab Komm, fahr Papp und der faule Bauch Seinen Tag Spam Oh nein Spam Ich werd voll gespamt So Wo hab ich denn aufgehört Weiter vorne, ne Stell dir mal ja auf der anderen Seite vom Feld Ach ja Da hab ich auch aufgehört Ne, dann lass ich ihn hier stehen Weil dann wird der bestimmt hier voll Wenn ich ihn noch direkt mal hier rüber So Motor ausmachen Wollen wir Sprit sparen Oh, ein Highsoftballon Himmlisch So, weiter geht's Sorry, ich musste Das ist ein Highsoftballon Das ist ein Highsoftballon Inter Kryte